Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Marco und Björn vor, die die Flugschule Funflight am Flugplatz Münster-Telchte betreiben. Dort steht jetzt schon ein Boeing 737 Flugsimulator und bald noch ein anderer, der für uns UL-Piloten vielleicht noch interessanter ist. So, jetzt sind wir hier am Stand von Funflight. Funflight ist ja die Flugschule bei uns am Platz in Münster-Telchte. Den Björn kennt ihr ja vielleicht aus einem Video, der hat schon mal mitgewirkt. Das war ganz schön, ist ganz gut angekommen. Das ist der Marco, also Marco Kind und Björn Sotke. Und ja, die Jungs haben was ganz Neues, nämlich einen Fullmotion-Simulator für eine C42. Und da will uns Marco ein ganz kleines bisschen was zu erzählen. Das ist ein Neuerwerb oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist im Prinzip eine gemeinsame Entwicklung mit Comco zusammen. Das heißt, wir haben das erste Mal jetzt hier im Prototypen stehen, quasi ein Fullmotion-C42-Simulator, mit dem man halt einmal die gewohnten Flugeigenschaften der C42 simulieren kann und halt auch die ein oder andere Notfallsituationen. Okay. Richtig Schulung in dem Sinne, dass das Stundenersetzen in der Ausbildung hast du, glaube ich, eben schon angedeutet. Das geht nicht, aber man kann natürlich spezielle Situationen trainieren. Genau, das geht nicht. Der Simulator ist nicht zertifiziert. Das heißt, jede geflogene Flugstunde oder so kann nicht angerechnet werden. Aber zum Training kann man den Simulator natürlich trotzdem nutzen. Und der wird dann in Tälte stehen? Genau, der kommt jetzt nach der Messe zu uns nach Tälte. Okay. Der, wie gesagt, ist ein Prototyp, der wird noch weiterentwickelt. Das heißt, es kommen nach und nach halt noch mehr Funktionen dazu. Und wer Interesse hat, der kann einfach Stunden buchen, der kann sich bei euch melden und sagen, ich hätte gerne eine Stunde Simulator mit Rettung ziehen oder geht sowas auch? Das wird auch gehen. Ach, wie cool. Das geht jetzt auch schon. Der Griff ist noch nicht montiert, aber das sind so Sachen, die kommen dann jetzt nach und nach noch rein. Die Funktion ist schon da. Das heißt, das wird dann alles gehen. Einfach anrufen und dann können wir Termin machen. Super, cool. Gucken wir einmal rein. Ja. Da sind jetzt Wladimir und Peter in Action. Nico und ich dürfen auch gleich. Hast du Angst, Peter? Es geht. Wie hoch sind wir? Nein. Wie hoch sind wir ungefähr? Ja, das ist ein 250. Wo ist das denn, bitte? Auf Friedrichshafen. Friedrichshafen? Ja, da ist der Zeppling-Hang nach vorne. Ah, okay. Cool. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Also empfehle ich wirklich, sich da mal reinzusetzen. Den Peter kann man leider schlecht verstehen. Er sagt, er findet das wirklich toll. Er empfiehlt jedem, sich da mal reinzusetzen. Mit rechts fliegt. Okay, der Nico startet jetzt in Friedrichshafen. Bleib doch mal auf der Centerline. Was ist denn das? Ja, das ist so komisch. Aber wir sind ohne Klappen gestartet. Ah, okay. Mach doch mal einmal eine verkürzte Platzrunde und einmal eine Landung. Machst du? Oder eine Umkehrkurve, verbotenerweise. Wie sind wir denn überhaupt? 1300. Ja, Umkehrkurve ist natürlich nicht verboten, aber meistens eine schlechte Idee. Klappe gesetzt. Okay. Okay. Oh, das war eine sehr verkürzte Platzrunde. Das war wie ein Konstanz, Nico. Besser. Ja, witzig. Jetzt testen wir gleich das Rettungssystem. Was willst du denn? Schirmziehen oder was? Schirmziehen. Müssen wir uns anschnallen? Ja? Wir sollen uns anschnallen, sagt er. Oh, wir sollen uns anschnallen jetzt hier. So, jetzt machen wir gleich den Test mit Rettung ziehen. Ich wäre bereit. Wo ist denn der Auslöser? Das macht Marco raus. Achso. Oh. Oh. So, jetzt kommt die Rettung. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Das war die Auslösung von Rettungsgeräten. Okay, jetzt sollten wir uns gleich für den Aufprall bereit machen hier. Jetzt macht es gleich Rums. Das ist echt sehr realistisch, abgefahren, schön, coole Demo. Das ist schon echt spannend, ist cool, ist geil, echt. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was ihr noch sagen wollt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Cool Action, finde ich super. Ja, das war es dann auch schon für heute. Wenn ihr Lust habt auf ein Simulator-Training, dann meldet euch bei Funflight. Vielleicht sehen wir uns dann am Flugplatz Münster-Tächte. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.